Die seltsamen Ereignisse begannen, noch bevor ich überhaupt auf dieser verfluchten Insel ankam. Wie alle anderen auch, die auf die Insel namens Havens Rock zogen, die erst vor kurzem wieder aufgebaut wurde, befand ich mich auf der Fähre, die endlich wieder ihren Betrieb aufnahm. Ich selbst hatte keine Familie und auch keinen wirklich engen Freundeskreis, weshalb es mir nichts ausmachte, auf diese Insel zu ziehen. Ein Bekannter von mir, genau wie ich ein Arzt, hat mir aus Spaß davon erzählt. Hey, schau mal, wenn du mit deiner Praxis auf die Insel des Todes ziehst, bekommst du 250.000 Dollar, hatte er lachend gesagt. Ich sah mir die Website an und fand das Angebot nicht so witzig wie mein Bekannter. Nach dem Wiederaufbau der Insel brauchte man dort natürlich Ordnungshüter, Feuerwehrleute und vor allem Ärzte. Ohne diese wäre eine Wiederbevölkerung nicht möglich. Vor einigen Jahren war die Insel bei einem Seebeben in Zweigebrochen oder so, und die, die nicht gestorben sind, mussten natürlich wegziehen. Ich bewarb mich und wurde sofort genommen. 250.000 Dollar würde bedeuten, dass ich mich zehn Jahre früher zur Ruhe setzen konnte. Und wer weiß, wenn es mir gefiel, würde ich meinen Lebensabend vielleicht auf der Insel verbringen, dachte ich mir. Das war, bevor ich die ersten Gerüchte gehört hatte. Angeblich gingen vor diesem Seebeben seltsame Dinge vor sich, und viele waren der Meinung, dass die Insel verflucht sei. Darauf gab ich nichts, denn ich war kein abergläubischer Trottel. Auf der Fähre hatte ich mir einen gemütlichen Platz gesucht, die Beine übereinander geschlagen und las ein Fachbuch über wertschätzende Kommunikation mit schwierigen Patienten. Ich hatte mir fest vorgenommen, mich nicht von dem furchtbaren Wetter und dem Schaukeln der Fähre beeinflussen zu lassen. Das war eine völlig normale Insel, sagte ich mir immer wieder, auch wenn das Meer verdammt dunkel aussah, der Himmel mit schwarzen Wolken und Blitzen bedeckt war. Der Regen schlug so laut auf das Deck auf, dass ich mich kaum konzentrieren konnte. Trotzdem freute ich mich auf den Start meiner neuen Praxis. Ich hatte bereits viele Bilder und Videos meiner neuen Praxisräume per E-Mail bekommen und fand sie recht ansprechend. Für zwölf Monate musste ich keine Miete zahlen. Und selbst danach war es ein Witz gegen die Mieten, die in den Städten auf dem Festland herrschten. Ich dachte gerade daran, wie viele tausende Dollar ich monatlich sparen würde, als das kleine Mädchen zu schreien anfing. Mir fiel das Buch aus der Hand und ich zuckte zusammen. Das war kein gewöhnlicher Schrei, müssen Sie wissen. Nicht so, wie wenn ein kleines Kind wütend wird, weil es kein Lolli bekommt. Nein, das war ein Schrei voller Todesangst und blanker Panik. Er ging mir durch Mark und Bein. Doch das, was danach folgte, war noch weitaus beunruhigender. Ohne Vorwarnung sprang das kleine Mädchen auf, rannte aus der sicheren Kabine und auf das Deck des Schiffes. Ihr Vater und einige andere rannten ihr hinterher, doch es war zu spät. Ich sah noch, wie sie einen Blick auf die Insel vor uns warf. Dann sprang sie ins Wasser, in die Richtung, die weg von der Insel führte. Ich selbst war vor meinem Sitz aufgestanden, traute mich aber nicht aufs Deck, weil ich Angst hatte, bei dem Sturm selbst von Bord zu fallen. Ihr Vater und die anderen Männer sprangen hinterher, während der Kapitän die Fähre anhielt und einen großen Scheinwerfer anschaltete. Schon nach wenigen Minuten brachten sie das Mädchen wieder an Bord. Es sagte keinen Ton mehr und war absolut emotionslos. Ich untersuchte die Kleine, die offenbar Leila hieß, und war froh, dass es ihr gut ging. Nach einem Gespräch mit der Mutter stellte ich ihnen kurz den neuen Psychologen der Insel vor, der ihnen vielleicht helfen konnte, machte mich dann wieder daran, mein Buch zu lesen. Das war nicht so einfach, denn ich merkte, wie die Stimmung sich verändert hatte. Ich war nicht der Einzige, der die Gerüchte über die Insel gehört hatte. Und die panischen Schreie und die versuchte Flucht des Mädchens haben alle daran erinnert, dass sie nun auf eine angeblich verfluchte Insel ziehen. Der Rest der Fahrt ging jedoch ohne weitere Zwischenfälle vonstatten. Als wir ankamen, wurden mir meine beiden Koffer mit Klamotten zu meinem neuen Wagen gebracht, der ein Willkommensgeschenk der Inselverwaltung war. Ich war zwar kein Fan von diesen Elektroautos, doch das Geschenk nahm ich gerne an. So fuhr ich zu meinem neuen Haus, welches etwas abseits der Innenstadt lag, so wie ich es mir gewünscht hatte. Ich kann mich noch vage daran erinnern, dass ich in meiner ersten Nacht furchtbare Albträume hatte. Ich war an einem dunklen Strand und blickte auf ein finsteres Meer, dessen Wasser ganz schwarz war. Hier gab es unmögliche, schleimige Kreaturen, die mich so lange jagten, bis ich den Verstand verlor. Als ich aufwachte, war ich völlig vom Schweiß durchnässt und verwirrt, denn solch lebhafte Albträume hatte ich sonst nie. Lag es vielleicht an der ereignisreichen Fahrt mit der Fähre? Das mochte sein. Ich nahm eine Dusche und fuhr sofort zu meiner Praxis, um sie darauf vorzubereiten, schon am morgigen Tag die ersten Patienten zu versorgen. Es war ganz schön gewöhnungsbedürftig, mit einem neuen Computersystem zurechtzukommen, aber ich würde mich da schon reinfuchsen. Schließlich funktionierte alles und schon am nächsten Tag konnte ich meine ersten Patienten begrüßen. Es gab zwei Fälle von leichten Infekten, die durch das wechselhafte Wetter hier kein Wunder waren. Der Rest waren chronisch kranke Patienten, die ich nur aufnahm und mich darauf vorbereitete, ihnen die Medikamente zu verschreiben, die sie dauerhaft einnehmen mussten. Wir hatten hier Diabetiker, Asthmatiker und Patienten mit Herzinsuffizienz. Alles ganz normal. Bis auf eine Patientin. Mrs. Pollard. Ich merkte schon, dass etwas mit ihr nicht stimmte, als sie hereinkam. Sie wankte, watschelte und wirkte irgendwie blass. Obwohl sie keinen Termin hatte, beschwerte sie sich schon nach vier Minuten darüber, dass solch eine exzessive Wartezeit für eine Dame ihres Standes eine Zumutung wäre. Meine neue Arzthelferin, Jessie, zog der entschuldigend mit den Schultern. Oh, wie ich solche Patienten liebte. Ich erklärte ihr, dass ich noch die Verordnungen für Mr. Grankowski fertig machen musste, bevor ich sie dran nehmen konnte, doch sie verdrehte die Augen und stöhnte. Als ich sie schließlich freundlich lächelnd in mein Behandlungszimmer bat, rauschte die dicke, ältere Dame an mir vorbei und würdigte mich keines Blickes, bis sie sich auf den Stuhl setzte. Ich atmete noch einmal tief durch. Er erinnerte mich an das, was ich in meinem Buch gelesen hatte und setzte mich ihr gegenüber. Mrs. Pollard, was darf ich denn für Sie tun? Was Sie für mich tun dürfen? Mich nie wieder so lange warten lassen. Ich hätte bereits tot sein können. Aha, nun ja, das denke ich eher nicht. Weshalb sind Sie denn hier? Ich tippte auf Hypochondrie und war gespannt. Warum ich hier bin? Na, ist das nicht offensichtlich? Nein, eigentlich nicht. Bitte sagen Sie es mir, Mrs. Pollard. Die alte dicke Dame schwieg kurz und sah verwirrt aus. Also ich, ich weiß nicht recht. Irgendwie vergesse ich heute ziemlich viel. Hatte ich mich vielleicht geirrt und sie war eine Demenzpatientin? Die konnten auch recht aufbrausend sein. Sie wissen nicht, weshalb Sie zum Arzt gegangen sind? Ich, ich glaube, ja, mir ging es nachts nicht gut. Ich glaube, da war jemand, jemand, der mir was verabreicht hat. Aber ich habe vergessen, was es war. und jetzt fühle ich mich komisch. Ich vergesse so viel und ich glaube, ich verändere mich. Es ist Ihre Pflicht als Arzt, dafür zu sorgen, dass es mir gut geht. Also los! Draußen sitzt sowieso nur noch Schmutz aus der Arbeiterschicht. Die sind es gewohnt zu warten. Ich will, dass Sie jeden Test durchführen, der Ihnen zur Verfügung steht. Wäre ich noch in meiner alten Praxis gewesen, hätte ich sie rausgeschmissen. Obwohl Havens Rock auf mich angewiesen war, wollte ich an meinem ersten Arbeitstag jedoch kein großes Aufsehen erregen. Ich würde ihr Blut abnehmen, sie ein wenig untersuchen und ihr dann irgendetwas mitgeben, das sie beruhigte. Als sie bemerkte, dass ich tätig wurde, hörte sie auf, Dinge von mir zu fordern. Sie gab bereitwillig ihren Arm her und ich versuchte selbst, ihr das Blut abzunehmen, weil Jessie noch damit beschäftigt war, das neue Computersystem einzurichten. Es war ein wenig seltsam. Ich fand irgendwie keine Vene. Erst beim fünften Versuch traf ich eine, doch das Blut lief hier irgendwie viel zu langsam in die Spritze. Obwohl ich ihren Arm total zerstochen hatte, schien Mrs. Pollard davon überhaupt nichts mitzubekommen. Als nächstes notierte ich mir ihren Puls und den Blutdruck. Alles normale Werte für eine Dame in ihrer Verfassung. Dann sah ich mir ihre Augen an und erschrak etwas. Ich sah in ihnen kleine Punkte, die ich nicht wirklich identifizieren konnte. Die Pupillen reagierten auch nicht auf das Licht, welches ich auf sie richtete. Das war seltsam. Auf Nachfrage erklärte mir jedoch Mrs. Pollard, dass sie hervorragend sehen konnte. Nun, wenn nichts kaputt ist, sollte man auch nichts reparieren, hatte mein alter Professor auf der Uni immer gesagt. Vielleicht war die Aufregung des Umzugs und die wilde Fahrt mit der Fähre etwas zu viel für sie. Ich holte eine der kostenlosen Vitaminproben aus einem der Hinterzimmer, wobei mir eine rote Türe auffiel, die ich vorher noch nicht gesehen hatte. Dann sagte ich Mrs. Pollard, dass dies das neueste Medikament gegen ihre Symptome sei, dass sie in Kürze wieder bei Kräften wäre und dass sie sich ausruhen sollte. Damit schien sie sich zufrieden zu geben und watschelte davon, ohne sich zu verabschieden. Was für ein Biest, dachte ich mir. Ich hatte nicht damit gerechnet, gleich an meinem ersten Tag so viel zu tun zu haben und fuhr später ziemlich erschöpft nach Hause. Erst im Auto fiel mir die rote Türe wieder ein, die ich gesehen hatte, als ich die Vitamintabletten aus dem Hinterzimmer geholt habe. Irgendwie war sie mir seltsam vorgekommen und ich war mir sicher, dass ich sie auf den Fotos, die mir geschickt wurden, nicht gesehen hatte. Ich nahm mir vor, morgen mal nachzusehen, was sich dahinter befand. Mein nächster Arbeitstag verlief angenehmer und ich hatte die Türe schon ganz vergessen. Ich hatte eine Menge netter Patienten und meine Laune war hervorragend. Bis ich Mrs. Pollard sah. Sie stand irgendwann einfach in der Türe, sagte nichts und setzte sich dann auf einen der Stühle im Wartezimmer. Ich wusste nicht, ob sie einfach verwirrt war oder ob sie uns nicht für würdig genug hielt, um mit uns zu sprechen. Für sie waren wir nur Diener, die gefälligst ihren Job erledigen sollten. Da sonst niemand mehr wartete, machte ich die Türe zum Behandlungszimmer auf und bat Mrs. Pollard hinein. Sie sah mich mit seltsamen, leeren Augen an und folgte dann meiner Anweisung. Da schon recht spät war, sagte ich Jessie, dass sie nach Hause gehen konnte. Mit Mrs. Pollard würde ich schon alleine fertig werden. Mrs. Pollard, geht es Ihnen noch nicht besser? Was haben Sie denn? fragte ich und versuchte dabei, so mitfühlend wie möglich zu klingen. Die alte Dame antwortete nicht. Ich fragte mich schon, ob ich sie vielleicht in die Psychiatrie nach Northbourne schicken sollte, als sie schließlich ihre Hände aus dem Schoß hob. Die waren über und über mit widerlich dicken Spinnweben bedeckt. Ich nahm mir mein Desinfektionsspray und ein paar Tücher und fragte mich, ob Mrs. Pollard irgendwo in ihrem Keller rumgekramt hatte. Die Spinnweben waren so dick und klebrig, dass sie Schwierigkeiten hatte, sie von ihren Händen einzubekommen. Es machte mir Sorgen, dass sie immer noch kein Wort gesprochen hatte, seit sie hier war. Ich hatte gestern noch ihre Akte bei ihrem alten Hausarzt angefordert und glaubte, dass diese eben per Fax eingetroffen wäre. Ich bat Mrs. Pollard, kurz hier zu warten und ging zum Empfangsbereich. Jessie war schon weg und so wühlte ich mich alleine durch die Berge von Papieren, die wir erst noch ordnen mussten. Schließlich fand ich die Unterlagen und las sie, während ich zurück zum Behandlungszimmer ging. Ich konnte jedoch nicht sehen, was auf eine beginnende oder fortgeschrittene demenzielle Erkrankung hindeutete. Also, Miss Pollard, ich denke, wir brauchen... Mrs. Pollard? Sie war nicht mehr in meinem Behandlungszimmer. Verdammt noch mal! Ich öffnete die andere Türe des Zimmers, welche zum Behandlungsraum zwei führte. Dort sah ich, dass die Türe zum Flur offen stand. In diesem fand ich die alte, dicke Dame auch. Sie watschelte auf die rote Türe zu, die ich gestern gefunden hatte. Mrs. Pollard, das ist privat. Bitte, gehen Sie wieder in den Behandlungsraum. Sie reagierte nicht auf mich. Im Gegenteil, sie streckte nun die Hand nach dem Türknauf aus, der noch ungefähr ein Meter entfernt war. Die rote Türe schien sie regelrecht anzuziehen. Ich nahm zu dem Zeitpunkt an, dass sie mit dem, was ich ihr gegeben hatte, nicht zufrieden war und sich selbst am Medizinschrank bedienen wollte. Ich umrundete sie, stellte mich vor sie und schob sie an ihren Schultern zurück. Mrs. Pollard, ich bitte Sie, gehen Sie zurück. Sie haben hier nichts zu suchen. Ich werde die Polizei rufen, wenn Sie nicht sofort meine Praxis verlassen. Aber ich muss da hin, sagte sie und zeigte auf die rote Türe. Das fand ich ziemlich seltsam, wollte sie jedoch immer noch aus meiner Praxis haben. Nein, da müssen Sie nicht hin, das ist privat und Sie müssen nun nach Hause gehen, um sich auszuruhen. Ich werde für Sie einen Termin beim Neurologen auf dem Festland ausmachen. Bis dahin ruhen Sie sich aus und rufen in der Praxis an, wenn es Ihnen schlechter geht. Ich muss zu ihm! Irgendwie lief mir ein kalter Schauer über den Rücken, als sie das sagte. Sie müssen nach Hause! Los jetzt! Erst als sie dabei war, sich umzudrehen, sah ich, dass ihre beiden Hände erneut voller Spinnweben waren. Wo zur Hölle kamen die her? In meiner Praxis gab es keine Spinnweben. Hier war alles sauber. Warum zur Hölle waren die Spinnweben dann wieder an ihren Händen? Das bereitete mir irgendwie Unbehagen und ich war heilfroh, als sie endlich meine Praxis verlassen hatte. Ich versuchte mich daraufhin etwas abzulenken und rief bei meinen Kollegen in Northbourne auf dem Festland an. Ich vereinbarte für Mrs. Pollard jeweils einen Termin zur neurologischen und psychiatrischen Diagnostik und war damit zufrieden, dass mir ein Doppeltermin in fünf Wochen angeboten wurde. Das klingt zwar lang, doch auf Termine beim Facharzt kann man heutzutage noch weitaus länger warten. Um ehrlich zu sein, hatte ich nicht erwartet, hier auf der Insel mit solch komplexen Fällen konfrontiert zu werden. Schließlich trug ich die Termine ein, schickte eine E-Mail an die Verantwortlichen für die Fähre und hatte meine Arbeit für den heutigen Tag beendet. Jetzt war's soweit. Ich konnte es nicht weiter aufschieben. Schließlich war das hier meine Praxis und ich musste wissen, was sich hinter dieser roten Türe befand. Also ging ich hinter in den Flur und lief ihn bis zum hinteren Ende entlang. Da war sie, die rote Türe. Als ich in ihre Nähe kam, spürte ich eine Art Vibration in meiner Brust. Umso näher ich kam, desto stärker wurde die Vibration. Kam das von hinter der Tür? War da vielleicht eine Art Generator drin? Nein, der würde Geräusche machen. Und so fühlte sich die Vibration auch nicht an. Es war mehr so, als ob die Luft vibrierte. Meine Hand näherte sich nun dem Türknauf. Etwas blitzte vor meinem inneren Auge auf. Wasser. Schwarzes Wasser. Nun berührte meine Hand den Türknauf. Gleich würde ich ihn drehen. Und da hörte ich es. Das Rauschen des Meeres. Ich zog meine Hand zurück. Was war das? Eine akustische Halluzination? Natürlich war das Meer nahe, aber nicht so nahe, dass ich es bis in den hinteren Flur meiner Praxis hören konnte. Und da war doch noch mehr gewesen. Ja, ich hatte es auch kurz gesehen. In meinem Kopf. Das schwarze Meer. Das Meer der Finsternis. Ich schwankte und nahm ein paar Schritte Abstand von der seltsamen roten Türe. Ich entschied, dass es besser war, erst mal nach Hause zu gehen und mich auszuruhen. Genau wie ich es Mrs. Pollard empfohlen hatte. Ich fuhr zu diesem Italiener, Ristorante a la pace, und holte mir da die Portion Spaghetti ab, die ich zuvor telefonisch bestellt hatte. Die schmeckten wirklich hervorragend. Der Pächter Eduardo Stefano leistete sehr gute Arbeit. So ging ich mit gut gefülltem Magen und zufrieden ins Bett und hatte das dunkle Meer und die rote Türe vergessen. Das Problem war nur, dass das Meer der Finsternis mich nicht vergessen hatte. Im Traum hatte ich das Gefühl zu fallen. Ich fiel und fiel und fiel und verlor irgendwann mein Zeitgefühl. Als ich immer noch in meinem Traum – zumindest glaubte ich das – wieder zu mir kam, befand ich mich an einem dunklen Strand. Der Sand war grau, das Wasser des Meeres schwarz, und der Himmel sah aus wie der pure kosmische Horror. Es war voller dunkler, aber bunter Farben, kosmischem Nebel und Rissen im Raum. Wo immer ich war, das hier war auf jeden Fall nicht meine Welt. Das Schlimme an diesem Albtraum war, dass ich mich nicht bewegen konnte. Ich stand einfach am Strand und blickte auf das dunkle Meer hinaus. Es war so real. Mit einiger Anstrengung gelang es mir ab und zu hinunter zu meinen Füßen zu blicken, was mir verriet, dass ich irgendwie immer weiter ins Meer hineinglitt, ohne es zu merken. Das schwarze Wasser stand mir bereits bis zu den Knöcheln. Das Meer der Finsternis zog mich an. Es wollte mich verschlingen. Ich blickte wieder gerade aus und da sah ich sie, die riesigen, unmöglichen Kreaturen am Horizont. Sie mussten größer als jedes Gebäude sein, das ich kannte und bestanden aus Tentakeln, Augen und Zähnen. Sie waren so weit entfernt und so viel größer als ich, dass sie mich nicht wahrnahmen. Gott sei Dank, obwohl ich glaube, dass Gott mit diesem Ort nicht viel zu tun hat. Meine Erleichterung darüber, dass die riesigen kosmischen Kreaturen mich nicht bemerkten, wich dem Grauen, dass ich hier noch etwas anderes spürte. Anders als die riesigen Monster spürte ich, dass es böse und voller Hass war und es war auf dem Grund des finsteren Meeres gefangen. Ja, ich spürte es, spürte ihn. Er rief nach seinen Dienern, denn er wollte aus seinem Gefängnis befreit werden. Ich bekam eine Gänsehaut und versuchte mit allen Mitteln von dem Wasser weg zu kommen, doch ich konnte mich immer noch nicht rühren. Langsam stieg ich immer weiter ins Wasser, kam ihm immer näher. Bis ich wieder anfing zu fallen. Dann wachte ich auf und fiel aus dem Bett. Sofort sah ich mich um, um zu erkennen, ob ich immer noch am Strand war. Ich beruhigte mich, als ich sah, dass ich auf dem Boden meines neuen Schlafzimmers lag. Doch dann sah ich runter auf meine Füße. Sie waren voll grauem Schlamm. Angewidert rannte ich in mein Badezimmer und nahm eine lange heiße Dusche. Was zur Hölle war hier nur los? War ich schlafgewandelt und nachts am Meer spazieren gewesen? Ich war noch nie ein Schlafwandler oder war ich ganz wo anders gewesen? An dem Ort, den ich im Traum gesehen hatte? Dem Meer der Finsternis? Ich erinnerte mich daran, dass ich das Rauschen des Meeres gehört hatte, als ich die rote Türe öffnen wollte und fragte mich, was Mrs. Pollard noch darüber wusste. Auch wenn es keine Freude war, sie zu besuchen, musste ich sie einfach fragen. Ich griff kurz Praxisprogramm zu und notierte ihre Adresse. Als ich an ihrem wirklich prächtigen Haus ankam und klopfte, ging ihre Haustüre langsam knarrend auf. Sie hatte sie wohl nicht richtig geschlossen, als sie gestern Abend nach Hause kam. Was sind sie denn für ein Rumtreiber? Hausieren ist hier verboten und Mrs. Pollard will auch keinen Schund von ihnen kaufen, keifte eine Dame, die wohl im Haus nebenan wohnte. Was für eine fiese Schrulle, dachte ich mir, riss mich aber zusammen. Sie war in Mrs. Pollards Alter und hatte kurzes graues Haar. Guten Tag ich bin Mrs. Pollards Arzt und mache nur einen Haus Besuch. Die alte Lady sah weiter finster drein. Ich werde sie im Auge behalten, meckerte sie. Was für eine wundervolle Nachbarschaft, dachte ich mir und ging ins Haus. Mrs. Pollard, rief ich, bekam jedoch keine Antwort. Ich hatte keine Lust darauf, dass die Alte von gegenüber die Polizei rief und ich als Einbrecher verhaftet wurde, also rief ich nicht erneut. Ich nahm mir vor, das Schlafzimmer zu suchen, als ich ein Geräusch hörte. Wenn ich das richtig sah, kam es wohl aus der Küche. Ich näherte mich dieser vorsichtig und wagte dann einen Blick hinein. Zunächst fiel es mir nicht auf, doch als ich sie sah, fiel mir fast die Kinnlade herunter. Es war Mrs. Pollard. Sie saß hockend auf ihrem Küchentisch und starrte grinsend mit weit offenen Augen in meine Richtung. Mrs. Pollard? sagte ich leise. Keine Reaktion. Sie starrte mich einfach an und blinzelte dabei nicht ein einziges Mal. Ihre Hände waren so voller dicker weißer Spinnweben, dass ich ihre Finger nicht mehr sehen konnte. Die Klickgeräusche, die sie dann von sich gab, waren so seltsam und unmenschlich, dass ich nicht mal wusste, wie sie sie machte. Doch was ich dann sah, ließ mich völlig ausflippen. Ich sah ihr tief in die Augen und da erkannte ich es. Sechs kleine rote Punkte. Es waren sechs neue Augen, die in ihren eigentlichen, menschlichen Augen wuchsen. Mein ganzer Körper kribbelte und mir wurde übel, als ich aus ihrem Haus rannte, ins Auto stieg und wegfuhr. Es war zwar total nebensächlich, doch ich weiß noch, wie ich mich darüber ärgerte, dass die Frau von nebenan den Kopf schüttelte, wütend schimpfte und mir die Faust entgegen streckte, als ich wegfuhr. Was war bloß mit den alten Leuten los verflucht nochmal? Ich versuchte darüber zu lachen, konnte jedoch nicht. Dieses Starren, dieses weite unmenschliche Grinsen und die Augen, die Spinnweben, verflucht, was passierte hier? Als ich in meiner Praxis ankam, sagte ich Jessie, dass sie alle meine Termine auf morgen verschieben sollte, da es mir nicht gut ging. Als sie damit fertig war, schickte ich auch sie nach Hause. Ich schluch die Türe zu meiner Praxis ab, nahm einen Schluck aus der Whisky Flasche, die ich mir auf dem Weg besorgt hatte und ging in den hinteren Flur. Ich musste es tun, diese Türe führte irgendwohin und ich musste sehen, wohin genau. Wenn sie zum Meer der Finsternis führte, das ich in meinem Traum gesehen hatte, würde ich sie zumauern oder die Insel verlassen, denn das, was tief unten im Meer hauste, jagte mir eine furchtbare Angst ein. Ich packte den Türken auf der roten Türe und drehte ihn. Nichts tat sich. Sie war abgeschlossen. Verdammt nochmal, all die Aufregung für nichts. Ich ließ den Knauf wieder los und da fiel mir etwas auf. In die goldene Oberfläche war etwas eingraviert. Dort stand hier klopfen. Ich musste schlucken. Doch wenn ich wissen wollte, was hier vor sich ging, blieb mir keine Wahl. Also klopfte ich an der roten Türe. Herein, sagte eine Stimme. Was? Wer hat das gesagt? Stammelte ich, doch es war zu spät. Die Türe öffnete sich, wie von Geisterhand, und ich fiel nach vorne. Mir wurde übel, und ich landete auf dem Bauch, doch es war halb so schlimm. Ich blickte auf, und das Erste, was ich sah, jagte mir eine furchtbare Angst ein. Es war ein riesiger, muskelbepackter Kerl, mit grauer Haut. Er trug eine enge Krankenschwesteruniform und auf seinem Namensschild stand Chief Medical Officer Festus. Auf dem Kopf trug er eine Papiertüte, die sein Gesicht vollständig verdeckte. Unter dem Namensschild hatte er einen weißen Anstecker mit einem Smiley darauf. Um den Smiley herum war die Aufschrift Team Peace zu lesen. Ich schrak zurück, als Festus eine Hand nach mir ausstreckte. Er tat mir jedoch nichts, sondern packte mich lediglich, um mich wieder hinzustellen. Dann klopfte er mir auf die Schulter. Festus war wirklich nett. Was kann ich für sie tun? Das war die Stimme, die mich hereingebeten hatte. Sie kam von einem Mann mit schwarzen, nach hinten gekämmten Haaren, und einem dezenten Bart. Auch er trug einen von diesen Team Peace Ansteckern. Ich dachte, hinter der Türe ist das Meer, war das Einzige, was ich hervorbrachte. Oh, das ist auch manchmal so. Sie hatten Glück, dass ich eine Umleitung eingerichtet habe. Das habe ich nicht ohne Grund getan. Sie sind der Arzt, oder? Haben Sie Interesse daran, für mich arbeiten? Was? Für Sie arbeiten? Ich bin Arzt, also habe ich bereits einen guten Job. Können Sie mir erklären, was hier los ist? Und wo bin ich hier? Festus lachte, lachte, dabei ein Laut von sich zu geben. Sie sind in meinem Büro, sie Dummerchen. Und was hier vor sich geht? Nun ja, Havens Rock ist keine gewöhnliche Insel. Hier geschieht eine Menge und die Barriere zum Meer der Finsternis ist dünn, seitdem der Leuchtturm weg ist. Es gibt eine Fraktion, die den befreien will, der auf dem Grund des Meeres eingesperrt ist. Sie haben sicher schon von ihm geträumt. Ich musste schlucken, als er das sagte. Wie ich mir dachte. Ich bin der Einzige, der sie aufhalten kann, Doktor. Doch ich brauche Hilfe. Ich brauche eine Armee. Sie könnten mir helfen, sie zu züchten. Eine meiner Kreaturen ist ihnen bereits begegnet, sagte der Kerl. Er meinte Mrs. Pollard. Oh Gott, was hat er ihr nur angetan? Ich sehe die Abscheu in ihrem Gesicht. Glauben sie mir, um die Alte ist es nicht schade. Sie hält sich für was Besseres, finanziert einen rassistischen Verein auf dem Festland und hat ihren Mann umgebracht. Es weiß nur keiner. Als eine von meinen Kreaturen wird sie endlich etwas Nützliches für die Gesellschaft tun. Ich brauche eine Armee, Doktor. Eine Armee, die sich den Mächten des Schattens gegenüber stellt. Hier, fangen sie, sagte der Mann und warf mir etwas zu. Ich fing das kleine Objekt. Es war ein Anstecker, wie er und Festus ihn trugen. Ich bin der Mann des Friedens und ich bin die einzige Hoffnung dieser Welt, die Mächte der Hölle aufzuhalten. Wenn sie den Anstecker anlegen, gibt es kein Zurück mehr, dann sind sie im Team Peace. Für immer. Und sie werden mir helfen, mehr Kreaturen zu züchten. Sie werden schon bald eine Entscheidung treffen, das weiß ich. Also gehen sie, denken sie darüber nach. Doch entscheiden sie schnell und weise, Doktor. Und jetzt fort mit ihnen. Husch husch, sagte der Mann des Friedens. Als ich wieder in meiner Praxis ankam, war schon dunkel. Wie lange war ich weg gewesen? Ich setzte mich ins Wartezimmer und fing an, unkontrolliert zu schluchzen. Wo war ich hier nur reingeraten? Ich wollte eine Arztpraxis und keinen Krieg gegen die Hölle führen. Ich wusste zwar, dass der Mann des Friedens Recht hatte und die Mächte der Hölle hier am Werk waren, doch ich konnte diesen Anstecker nicht anlegen. Ich hatte geschworen, meine Patienten zu heilen und nicht sie in Kreaturen der Dunkelheit zu verwandeln. Ich schrak auf, als ich ein Geräusch hörte. Erst da sah ich, dass eines der hohen Fenster oben eingeschlagen worden war. War hier jemand eingebrochen? Ich ging dem Geräusch nach und fand in einem meiner Behandlungsräume eine Armbanduhr. Sie gehörte Mrs. Pollard? Ich schluckte, denn ich spürte etwas in meinem Rücken. Sie stand hinter mir, das wusste ich. Bis heute weiß ich nicht, wie ich es geschafft habe, nicht in Ohnmacht zu fallen, als stand nicht. Das konnte sie nicht mehr, denn ihre Verwandlung war beendet. Ihr ganzer Körper hatte sich in einen buckeligen, schrumpeligen Spinnenkörper verwandelt. Sechs rotleuchtende Augen prangten auf dem vorderen Teil. An jeder Seite hatte sie vier widerliche Gliedmaßen, die irgendwie menschlich aussahen, jedoch mit Schleim und schwarzen, borstigen Spinnenhaaren bedeckt waren. Ich konnte erkennen, dass ihr Unterkörper ein einziges, mit scharfen Zähnen bestücktes Spinnenmaul war. Das Schlimmste saß jedoch auf ihrem Spinnenkörper. Es war der Kopf von Mrs. Pollard. Alles war verzerrt und voller Schleim, doch man konnte ihr Gesicht noch einigermaßen erkennen. Das war eine Kreatur, die ich mir nicht in meinen schlimmsten Albträumen hätte vorstellen können. Ich sah in ihren Spinnenaugen, dass sie sich zum Sprung bereit machte. Die Kreatur vom Mann des Friedens würde mich fressen. Da fiel mir etwas ein. Der Mann des Friedens, ihm und seinen Anhängern, würde sie sicher nichts tun. So schnell ich konnte, legte ich mir den Anstecker an und zeigte darauf. Die Spinne schien ihn tatsächlich zu bemerken, drehte sich um und verschwand aus meiner Praxis. Ich war sie los und sollte sie nie wieder sehen. Doch ich hatte es getan. Ich hatte den Anstecker angelegt. Nun war ich Teil vom Team Peace und konnte nicht mehr zurück. Von nun an verabreichte ich allen Patienten, die ich nicht mochte, das Elixier, das mir der Mann des Friedens gab. Es würde sie alle in eine von seinen Kreaturen verwandeln. Das war wichtig, denn wir mussten eine Armee aufstellen. Das mussten wir wirklich, denn der Mann des Friedens hat mir verraten, wen sie aus dem Meer der Finsternis befreien wollen. Das Team Peace ist unsere einzige Hoffnung. Ich muss jetzt Schluss machen, denn die freche Nachbarin von Mrs. Pollard ist hier. Sie hat Kopfschmerzen. Ich kenne da ein gutes Elixier, das ich ihr verabreichen werde. Machen sie es gut und beten sie für uns. Hey Horror Fans, wollt ihr mehr? über den Mann des Friedens und Havens Rock erfahren? Dann klickt hier und lasst ein Abo da. Schaut auch bei Patreon in der Beschreibung vorbei. Dort gibt es Team Peace Anstecker. Danke und viel Spaß beim Weiterhören.